Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem Unboxing meiner 3070 Founders Edition von NVIDIA. Hier seht ihr die Box, die hat eigentlich nur diese Streifen. Hier haben wir noch ein paar Hinweise. Wenn wir das ganze öffnen sehen wir direkt die Grafikkarte und ich muss sagen sie sieht wirklich sehr schön präsentiert aus. Das sieht ähnlich aus wie wenn man eine Xbox Series X aufmacht und allgemein fühlt sich das ganze an als würde man gerade ein iPhone oder irgendwas hochwertiges auspacken und nicht so als würde man eine Grafikkarte auspacken. Nicht so wie früher. Die Qualität sieht sehr geil aus. Unter der Karte ist noch ein kleines Fach. Wenn wir das öffnen haben wir hier ein Warning. Da steht das man bitte nur das mitgelieferte Kabel verwenden soll. Also den Adapter von dem 8 Pin zu 12 Pin. Ich wünschte allerdings dass sie das länger gemacht hätten, da das viel zu kurz ist und ziemlich komisch in deinem System ausschauen wird. Hier haben wir noch ein Support Guide, wo kurze Support Informationen drin stehen und auf die Webseite hinweisen. Dann haben wir noch ein Quick Start Guide, wo die erklärt wo welche Anschlüsse sind, wie man das einbauen soll und so weiter. Beide dieser Guides sind in verschiedenen Sprachen. Also die Qualität von der Grafikkarte sieht wirklich so atemberaubend aus. Wir schauen die jetzt nochmal schnell an. Also ich muss ganz ehrlich sagen die sieht wunderschön aus. Und diese Karte das ist auch wirklich Silber. Ich habe gehört, dass die 3080 und die 3090 eher so ein bisschen so einen Bronzestich haben und nicht wirklich klare Silber sind. Aber das ist wirklich klare Silber. Auf alle Fälle danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.